Crop FM Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit Mein Gast, Professor Franz Hörmann, studierte Betriebswissenschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und schloss 1987 ein Doktoratsstudium an der WU Wien mit Auszeichnung ab. 1995 wurde er Assistenzprofessor und Universitätsdozent an der Abteilung für betriebswirtschaftliche Steuerlehre Institut für Revisions, Treuhand und Rechnungswesen an der WU Wien. 1997 erhielt er die Gastprofessur am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien und seit dem 1. März 1998 ist er außerordentlicher Universitätsprofessor der Abteilung für betriebswirtschaftliche Steuerlehre Institut für Revisions, Treuhand und Rechnungswesen an der WU Wien. Freue mich sehr. Guten Abend, Professor Franz Hörmann. Ja, hallo. Können Sie mich gut hören? Ja, es geht so. Es geht so. Dann drehe ich mich ein bisschen lauter, geht es so besser. Ja, wenn Sie etwas lauter drehen, wird es noch besser. Noch besser so? Ja, so geht es gut. Wunderbar. Freue mich sehr, dass dieses Gespräch heute zustande gekommen ist. Dieses ganze Thema Finanzen, das beschäftigt sehr viele Menschen natürlich, weil es natürlich irgendwo eine existenzbedrohende Geschichte auch ist. Wenn man sogenannten Experten bzw. Experten zuhört, fällt einem Laien vor allem auf, dass sie sich hemmungslos widersprechen und auch sich selbst innerhalb weniger Sätze widersprechen. Aber das mag vielleicht auch nur so ein Eindruck sein. In jedem Fall ist es so, dass Wirtschaft, Geldsystem etc. ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Und Sie sind ein sehr harscher Kritiker des derzeitigen Systems. Wie kamen Sie denn dazu immer mehr in diese kritische Haltung? Ja, dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte. Ich bin, wie ich an der Wirtschaftsuniversität zu studieren begann, eigentlich mit einer naturwissenschaftlichen Haltung zu Wissenschaften an sich an die WU gekommen. Also ich wollte ursprünglich theoretische Physik studieren, habe mich dafür auch relativ gut vorbereitet, weil ich mir dachte, wir brauchen neue Technologien. Und ja, es ist mir dann eingefallen, sollte ich das in den Vereinigten Staaten studieren, und dort, das wollte ich ursprünglich, dann würden Erfindungen, neue Innovationen ganz sicher für Waffen missbraucht werden. Dann wäre es besser, habe ich mir gedacht, wenn solche Erfindungen gar nicht gemacht würden. Habe dann einfach meine Freunde gefragt und die haben gesagt, sie studieren an der Wirtschaftsuniversität und ich habe sie begleitet. Ich habe dann also den mathematischen Zweig eingeschlagen, also Rechnungswesen und Wirtschaftsinformatik. Das war die Zeit der ersten PCs, das war gleichzeitig meine erste große Liebe. Also ich habe das ganze Geld, das meine Kollegen seinerzeit in Sportwegen investiert haben, in Computer, in Hardware und Software gesteckt und dann eigentlich auch sehr viel darüber gelernt, wie Software und Rechnungswesen zusammenhängen. Also da schon ein bisschen hinter die Kulissen geblickt, auch selbst prototypische Rechnungswesenanwendungen entwickelt. Und da sind mir dann sehr viele Inkonsistenzen aufgefallen. Und ich habe begonnen, schon Ende der 80er Jahre zunächst einmal die Grundlagen der Bilanzierung zu widerlegen. Es gibt die Website www.antibilanz.info und da sind 43 Argumente aufgelistet, warum die Bilanzierung, wie wir sie heute betreiben, wissenschaftlich widerlegt ist. Sie ist empirisch unhaltbar, weil man ja Anlagevermögen nicht verkauft. Deshalb ist die finanzielle Bewertung von Anlagevermögen in einer empirischen Wissenschaft unmöglich. Wenn man das zu Ende denkt, dann bedeutet das leider, dass man das Anlagevermögen schon beim Kauf zu 100% abschreiben müsste und dann gibt es kein Eigenkapital. Und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt. Wir können heute sagen, der Kapitalismus ist das Ergebnis einer nicht-empirischen Bewertung von Anlagevermögen. Jeder, der ein bisschen Buchhaltung und Bilanzierung versteht, wird wissen, was das heißt. Nicht das Eigenkapital, auf das sind alle so stolz. Beziehungsweise das ist auch das, was die Bank als Sicherheit betrachtet, wenn sie einen Kredit vergibt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn jemand, der sich es leisten kann, ein Grundstück, das vielleicht 5 Millionen wert ist, weil er schlecht verhandelt, um 10 Millionen kauft, naja, dann hat er als Unternehmer 10 Millionen, ein Eigenkapital in der Bilanz statt 5 Millionen, ist also doppelt so reich, gilt der Bank als doppelt so sicher, obwohl er eigentlich nur ein schlechter Geschäftsmann war. Also diese ganze Bewertung, die in der Kulmination von Anlagevermögen endet, ist ein wissenschaftlicher Unfug und wenn man das einmal erkannt hat, dann schrillen natürlich sofort die Alarmglocken und die Untersuchungsausschüsse, die wir heute erleben, Hypoalpeatria etc., die könnten wir uns in Wirklichkeit alle sparen, denn das ist ja das Hornberger Schießen und da wird nicht sehr viel herauskommen, weil schon die Grundlagen, nämlich dass man eine Bilanz überhaupt so interpretieren kann, wie sich das alle vorstellen, längst wissenschaftlich widerlegt sind. Und das ist nicht nur meine Meinung, es wird jetzt im Juli dieses Jahres, ich möchte da auch gleich ein bisschen eine Bewerbung machen, von Dr. Manfred Biegler, der selbst Wirtschaftsprüfer ist und gerichtlich beeideter Sachverständiger, im ANIS-Prozess war und bei anderen großen Prozessen, der bringt jetzt im Juli ein Buch auf den Markt mit dem Titel Der perfekte Finanzbetrug und im Wesentlichen stimmt er mir inhaltlich zu und sagt genau das, was ich als Wissenschaftler und Theoretiker schon seit 20 Jahren sage. Sie waren unlängst auch in den Schlagzeilen, oder zumindest habe ich da nicht in den Schlagzeilen, aber es gab da einen Artikel im Kurier, den ich eigentlich recht kurios fand, WU-Professor Franz Hörmann ist pleite, da ging es um so eine, ich glaube eine Privatinsolvenz, ungefähr 200.000 Euro geht es da, wenn ich mich jetzt recht entziehen an den Artikel, interessant finde ich das, weil ich meine, wie oft passiert das am Tag und wie oft steht das in der Zeitung, warum steht das bei Ihnen, weiß ich nicht genau, aber interessant finde ich es auch jetzt auch als Einstieg für das Gespräch, weil das hängt ja irgendwo auch mit der Buchgeldschöpfung zu tun und Sie beschäftigen sich ja auch sehr viel mit Kreditschutz und... Das hat ganz andere Gründe, also man hat ja auch versucht... Ich meine nicht, dass das jetzt der Grund für diese Insolvenz ist, aber ich meine trotzdem, es hängt irgendwo damit zusammen und deshalb, um was geht es da bei der Geschichte und wie gehen Sie damit um? Ja, wie gehe ich damit um? Es ist richtig, ich muss damit umgehen, es ist grenzwertig, wie ich damit umgehe, denn auf der einen Seite ist mir vollkommen klar, dass es Schulden gar nicht gibt, weil ja schon die Kreditvergabe, also die Geldschöpfung als Schuld ein Fehler ist, aber auf der anderen Seite haben wir ein Rechtssystem, das dem noch überhaupt nicht gerecht wird und jetzt haben wir folgende besondere Situation, man hat mich ja im Februar 2012 ein Jahr lang suspendiert aufgrund einer Intrige an der Wirtschaftsuniversität, wo drei Studierende mit einem versteckten Aufnahmegerät, die sich vorher bei einem Rechtsanwalt informieren ließen, zu Aussagen über den Holocaust provozieren wollten. Was sie von mir gekriegt haben, waren Zitate von anderen Leuten und eine Diskussion, wie man Glauben und Wissen und Vorurteile und Meinungen unterscheidet und daraus haben sie sich dann Aussagen zurechtgeschnitzt, um eine Anzeige wegen Wiederbetätigung sogar auszulösen. Das war also schon mal kurios und das, was jetzt mit dieser Insolvenzgeschichte zusammenhängt, ist ganz einfach. Man hat mir seit Mai 2011 für meine Projekte Finanzierungen versprochen, dann erhielt ich einen Anruf, dass das Geld schon auf einem Treuhandkonto sei, daraufhin habe ich zwei Leuten in meinem Umfeld überhöhte Rechnungen unterschrieben, weil das zum Teil auch schon Vorauszahlungen hätten sein sollen. Und dann hat die Bank das Konto gesperrt, hat das eingefroren und der ganze Deal musste rückabgewickelt werden. Meine Freunde haben mich dann zunächst nicht verklagt, sind dann aber insolvent geworden und das ist dann ein sogenanntes Drittschuldnerverfahren, das ich jetzt eben am Hals habe. Also das ist die formelle Geschichte dahinter. Es ist relativ einfach, Menschen in Fallen zu locken, insbesondere wenn man Menschen in das Umfeld platziert, die selbst schon von Insolvenz bedroht sind und auf der anderen Seite dem, der dann hilfsbereit ist, eben Finanzierungen zusagt, die er dann nicht kriegt. Das ist eine sehr kuriose Geschichte in der Tat. Das hat mit meinen privaten Lebensumständen überhaupt nichts zu tun. Ich trinke keinen Champagner und fahre keine Luxusfahrzeuge, das ist ein Unsinn. Aber im Gegenteil, ich habe also sogar privates Vermögen eingesetzt, um diesen Menschen zu helfen. Einer davon hat sich dann eben gegen mich gestellt, keine Ahnung, ob aus Bösartigkeit oder aus Verzweiflung. Aber man sieht, was hier passiert, wenn Banken Menschen unter Druck setzen, die eigentlich kein Recht dazu haben. Denn die Banken tragen eben nur Zahlen in ihren Computer ein, haben nichts Werthaltiges. Dieses gesamte Geld ist ungedeckt, es war nie gedeckt, es ist Fiat Money, nicht die Zeiten, wo man dafür Gold oder Silber erhielt, das ist Jahrhunderte her. Und in Wahrheit braucht man zunächst auch als Bank die Sicherheit bei den realen Werten, um den Kredit überhaupt vergeben zu können. Das heißt, die Geldschöpfung in der Kreditvergabe setzt einen schon vorhandenen Wert, aber eben auf Seite des Kreditnehmers und nie auf Seiten der Bank voraus. Das ist eben das, womit wir es heute zu tun haben. Und wer, wenn nicht ich, muss eben jetzt entsprechend auch damit umgehen. Das ist schon ganz klar. Wir haben ja auch den Kreditopferhilfeverein. Das heißt, wir vertreten auch Menschen in ähnlichen Situationen. Und jetzt wird man eben sehen, ob die Vernunft siegt oder die Sturheit des Rechtssystems. Denn auch das Rechtssystem, genauso wie die Geldschöpfung der Banken, kann man natürlich im Hintergrund beliebig auftröseln. Wenn man da also jetzt schaut, was eigentlich die rechtlichen Grundlagen sind, unseres Staatswesens, öffentliches Recht, Privatrecht, Firmen oder völkerrechtliche Subjekte, da fällt einem viel dazu ein. Und auch die persönliche Haftung der involvierten Personen ist auf jeden Fall spannend, wenn man sich die tatsächlichen Rechtsgrundlagen ansieht. Ja, also Sie sagen, diese Insolvenz da, das ist letztendlich eine Intrige der Bank? Ich möchte das in der Form nicht eindeutig aussprechen. Das ist ja ja schwierig. Das mit meiner Suspendierung war eine Intrige. Ja, diese Suspendierung, ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, fand ich auch etwas ungeschickt, wie Sie da agiert haben. Wo? Bei der Suspendierung mit dieser Frage zum Holocaust-Thema, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Okay, was fanden Sie ungeschickt? Da jetzt mit Erkenntnistheorie zu kommen, weiß ich nicht, ob das... Das war keine Erkenntnistheorie, es war die begriffliche Abgrenzung zwischen Wissen und Glaube. Ja. Und ich habe das in der Zeit im Bild, Sie können das auf YouTube eingeben, Franz Hörmann, Zeit im Bild, finden Sie das? Leider Gottes hat man, glaube ich, nur zweieinhalb Minuten Zeit gegeben. Wenn es zehn Minuten gewesen wären, dann wäre das Ganze komplett verständlich gewesen. Es ging aus meiner Sicht wirklich nur um die Definition von Wissen und Schrauben. Ich verstehe Sie auch. Man hat mir dort auch die Frage gestellt, wovon ich überzeugt bin, was ich glaube und das habe ich dort auch gesagt. Aber es war jetzt auch eine mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof und jetzt müssen Sie sich Folgendes vorstellen. Das Urteil der Letztinstanz, da geht es also nur um das Beamtendienstrechtsgesetz. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dieser Anzeige wegen Wiederbetätigung, die sofort eingestellt wurde von der Oberstaatsanwaltschaft. Da war sowieso klar, dass das alles Unsinn war. Aber beamtendienstrechtlich habe ich da noch ein Verfahren am Hals und da war schon eine mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof. Stellen Sie sich mal vor, das Urteil und die Begründung der Letztinstanz hat die Fakten, also die Tatsache, dass die Studierenden mit einem versteckten Aufnahmegerät in meinem Institut waren und sich vorher bei einem Rechtsanwalt erkundigt haben. Was Sie zugegeben haben in diesem letzten Verfahren, das stand weder im Urteil noch in der Begründung. Jetzt muss man sich doch die Frage stellen, was ist hier eigentlich los? Ist das ein Rechtsstaat oder was für eine Art von Schauspiel ist es, was wir uns hier anschauen können? Und wenn Sie sich dann den Hypo-Untersuchungsausschuss anschauen mit geschwärzten Akten, die dann das Verfassungsgerichtshof erhält, ich bitte Sie, nehmen Sie so etwas wirklich noch ernst? Kann man das noch ernst nehmen? Ist man als mündiger Bürger da wirklich noch gut beraten, hier einfach die Konten auszubewahren und das noch ernst zu nehmen? Oder kann man hier auf diese anderen Menschen in diesen merkwürdigen Rollen zugehen und sagen, bitte denkt einmal selber nach, was hier passiert? Ja, Sie haben keine schlechte Idee. Genau, ich möchte die Menschen als Menschen abholen. Das ist jetzt der Punkt. Denn das Geldsystem und daran hängt ja auch ein Großteil des Rechtssystems ja vollkommen klar, wir sind ja immer noch gewohnt für Geld, also für etwas vollkommen Wertloses, Eigentum aufzugeben. Und das ist in Wirklichkeit auch der Punkt, was hier passiert. Ja, weil wenn Sie Ihr Bargeld, an dem Sie Eigentum haben und das Sie auch füllen, auf die Bank tragen, ja, dann ist es weg. Alles, was Sie auf die Bank tragen, verschwindet, weil die Bank Eigentümer wird und Sie haben nur noch eine wertlose Forderung der Bank gegenüber. Aber die Banken werden jetzt nicht mehr von den Staaten garantiert, das heißt, die können in Zypern jederzeit beliebig viel Geld vom Konto stehlen oder sie brechen zusammen und der Staat fängt sie nicht mehr auf, dann sind Sie Ihr Geld auch los. Also das Geld, das Sie in Händen haben, diese Zettel, die sind an sich schon nichts wert. Denn man kann jederzeit, also die Leute, die das wollen, die können das, auf Knopfdruck eine Hyperinflation lostreten, so wie in den 20er Jahren. Und da haben sich die Menschen erfahrenermaßen die Wände tapeziert mit ihren Geldscheinen. Also dieser Begriff, ja, nur Bares ist Wahres, ist auch sehr zweischneidig. Irgendwann übersteigt der Heizwert dann den normalen Wert. Genau, so ist es richtig. Aber bevor wir jetzt, natürlich, wir werden da jetzt, also wie gesagt, diese ganze Geschichte da mit diesen Studenten und so, lassen wir das jetzt auch schon vor, weil das führt ganz woanders hin und ich glaube, es wurde hinreichend behandelt und man kann das überall nachlesen. Auf spreezeitung.de sind sehr schöne Interviews. Das ist für mich irgendwie abgehakt. Aber trotzdem muss man es natürlich auch erwähnen. Die IRIS Interdisciplinary Research Institute for Systemic Sciences. Also ein interdisziplinäres Forschungsinstitut für systemische Wissenschaften. Bin ich gerade dabei zu gründen, das ist völlig richtig. Dabei geht es eigentlich darum, dass die Schulwissenschaften, wie wir sie heute kennen, so ziemlich flächendeckend versagt haben. Also die Schulmediziner können die Menschen nicht heilen. Die können in vielen Fällen nicht einmal eine Krankheit erkennen oder die Ursachen erkennen einer Krankheit. Die Schulökonomen oder auch die Schuljuristen, die kennen sich auch nicht aus, denn die Ökonomen dürfen nicht wissen, was Geld ist. Und die Juristen haben natürlich von Gerechtigkeit keine Ahnung und handeln eigentlich nur altes römische Sachen- und Schuldrecht ab. Und so geht es eigentlich querbeet. Also auch die Physiker, die ja so über Felder reden und den Raumverdinglichen, die fordern also unsere Intelligenz heraus, wenn sie sagen, der Raum ist gekrümmt. Dabei ist der Raum ein Konzept und immer unendlich. Das ist ja nur eine Vorstellung und kann daher nicht gekrümmt sein, weil er keine Substanz hat. Aber das sind alles nur so Dinge nebenbei, klassisch-logische Denkfehler, die da passiert sind. Aber das Problem entsteht eben aus diesem Begriffspaar Schul und Wissenschaft. Die Schule hatte historisch nie den Zweck, die Menschen zu bilden. Das ist also ein Bevis, ein Faktum. John Taylor Gatto, geschrieben, Gustav Anton, zweimal Theodor Ottokar, das ist ein amerikanischer Lehrer, der in den 90er Jahren zum besten Lehrer New Yorks ausgezeichnet wurde. Und in seiner Dankesrede hat er gefordert, die Schulpflicht abzuschaffen, weil er in seinen Büchern, eines davon heißt Dumping Us Down, also uns durch Verdummung unten halten, hat den gleichen Titel, auch den englischen Titel in der deutschen Ausgabe. Der weist in seinen Büchern nach, dass in dem 19. Jahrhundert bei der Einführung der Schulpflicht in den Vereinigten Staaten das Ziel war, die Menschen durch Verdummung unten zu halten, also lenkbar, steuerbar zu machen. Und da die Eltern das damals noch wussten, haben sie die Schulpflicht verweigert. Die wollten ihre Kinder nicht zur Verdummung in die Schule schicken. Und daraufhin mussten etliche Kinder mit Militäreskorten unter Zwang in die Schulen zur Verdummung gebracht werden. Maria Theresia wollte in Wirklichkeit auch nicht unbedingt eine gebildete Bevölkerung, sondern sie wollte Soldaten, die lesen und schreiben können, und sich mit Begeisterung für den Landesvater oder die Landesmutter erschießen lassen. Deshalb waren in Preußen und in Österreich die ersten Lehrer pensionierte Offiziere, weil die Offiziere gesagt haben, wir wissen, wie das geht. Ein Offizier steht vorne, erklärt den Vorderlader und die Rekruten schauen zu und lernen das. Und die ganze Idee von Disziplin, Augen geradeaus, wir stehen auf, wir grüßen, wenn der Lehrer reinkommt, wir sind ruhig, wir schwätzen nicht und ein Bild vom Landesvater hängt an der Wand, das kommt noch aus dieser Zeit. Dann hat er so eigentlich hier eine Gehirnwäsche betrieben, um Kanonenfutter heranzuzüchten. Und die nächste Konditionierungsstufe war mit der Industrialisierung erreicht. Da hat man das akustische Glockensystem eingeführt, weil auch bei den ersten Fließbändern in der Massenfertigung mit einem akustischen Signal der Arbeitsgang gewechselt wurde. Und damit das schon von der Schule an trainiert wird, müssen dann eben nach einer Schulstunde die Kinder alles fallen lassen, womit sie gerade beschäftigt sind und dann plötzlich etwas ganz anderes tun. Das sind die unterbewussten Trainingseinheiten. Also so werden sie konditioniert, welchen Stoff, welchen Inhalt sie dort lernen, den haben sie sowieso wieder vergessen. Das ist ja völlig irrelevant. Interessant. Ja. Und sie lernen zum Beispiel auch, dass Autorität wichtiger ist als inhaltliches Wissen. Denn wenn ein Mathematiklehrer, den sie in einem Jahr haben, auf Verständnis prüft und die Schularbeit ganz anders korrigiert, als der Mathelehrer, dem es ein Jahr später nur ums richtige Ergebnis geht, dann lernen sie, dass sie, wenn sie eine gute Note haben wollen, immer das tun müssen, was der Lehrer sagt. Und nie eigene Entscheidungen treffen. Und in der Schule gilt die Regel, immer die niedrigere Zahl ist gut und später gilt halt die Regel, die höhere Zahl, das ist die, die du am Konto hast, ist die bessere. Und das ist der einzige Schwenk, der gedanklich noch zu vollziehen ist. Und sie sind die optimalen Lohnsklaven. Ja, wobei nicht in jedem Land die niedrigere Note die bessere ist. Ja, das ist richtig. Und dann haben wir natürlich auch ABC, wir haben dann auch Buchstaben. Das entspricht dann übrigens dem finanziellen Ratings. Iris soll das jetzt wie helfen zu lösen oder zumindest zu lindern? Ja, Iris versucht, also unser Ziel, also alle diese Bewegungen, die ich gegründet habe und die jetzt an einem Strang ziehen, haben das Ziel einer kooperativen Gesellschaft, wo nicht Konkurrenz betrieben wird im Sinne von Verdrängung, sondern man sich gegenseitig unterstützt, um sich in die individuelle Entfaltung zu bringen. Also die Grundhypothese ist, die Menschen haben viel mehr Talente, Fähigkeiten und Möglichkeiten, als wir wissen und glauben. Und wenn wir ihnen einen Freiraum geben, dass sie selbst herausfinden, was sie gerne tun, dann werden sie das auch gut tun und dann bringen sie sie auch in die Gesellschaft ein, weil sie natürlich in der Gesellschaft leben. Und der Rest ist ein logistisches Problem, dass wir also die Fähigkeiten so verknüpfen, dass am Ende des Tages dann irgendwo die Produkte herauskommen, die wir uns alle gemeinsam wünschen. Ja, das ist also so ein bisschen die Grundidee. Und jetzt brauchen wir natürlich einen Ansatz, wo auch in der Wissenschaft nicht gegeneinander gekämpft wird, sondern kooperiert wird. Und systemische Wissenschaften haben zwei Merkmale, an denen man sie eindeutig erkennen kann. Punkt eins, eine systemische Wissenschaft begreift sich selbst als Bestandteil der harmonischen Gesellschaft, harmonisch im Sinne, dass die Menschen untereinander in Harmonie leben, aber auch mit dem Planeten, der Natur und allen Lebewesen. Also auch Ökologie, Nachhaltigkeit sind Teil dieses Konzeptes. Und das ist einfach das übergeordnete Ziel. Ein Wissenschaftler einer systemischen Wissenschaft wird zum Beispiel nie normativ agieren. Der wird also nie anderen Menschen Regeln vorgeben, nach denen sie sich halten sollen, sondern der wird ihnen beibringen, wie sie sich in einem bestimmten Bereich, in dem sie zusammenarbeiten wollen, Regeln selbst gestalten können und im Konsens selbst vereinbaren. Da gibt es bestimmte Methoden, die kann man lernen, die kann man einüben. Und es gibt bestimmte Fehler, die man nicht tun sollte, damit also die Psychologie und die Chemie stimmt zwischen diesen Menschen. Das kann man also weitergeben. Da gibt es Trainer dafür. Das ist also gar nicht neu zu erfinden. Das ist dutzende Jahre alt, teilweise schon, diese Methoden. Und systemische Wissenschaft ist also ein Baustein der Gesellschaft. Harmonische Gesellschaft ist das übergeordnete Ziel. Der zweite Aspekt, der zweite wesentliche Punkt ist, dass es unterschiedliche Theorien geben kann, im Rahmen einer systemischen Wissenschaft, die einander logisch widersprechen und trotzdem nebeneinander bestehen können. Das heißt, Theorien verdrängen einander nicht mehr. Es gibt keine Konkurrenz. Wir reden hier auch nicht mehr von einer falschen oder einer richtigen Theorie. Die Theorie ist sowas wie ein Werkzeug auf geistiger Ebene. Ich sage dann daher auch oft ein Denkzeug dazu. Und bei einem Werkzeug wissen wir ja, dass wir einen Hammer für Nägel verwenden und einen Schraubenzieher verschrauben. Deswegen ist aber der Hammer nicht falsch und ist auch der Schraubenzieher nicht richtig, sondern es geht immer um den Kontext. Und bei unterschiedlichen Theorien, die sich einander jetzt auf den ersten Blick widersprechen, da wird einfach die Geschichte geprüft. Da schaut man aus welcher Geschichte kommt die jeweilige Theorie, wo war der Anwendungsbezug, wo hat sie sich zum Beispiel bewährt, das heißt, wo sind ihre Anwendungsgrenzen, also das kann man empirisch ja ausloten. Und dann verwendet man dann eben die Theorien nur dort, wo sie erfolgreich anwendbar sind und für andere Fälle verwendet man dann andere. Also wir schießen einander nicht gegenseitig ab, denn diese Unart, dass Wissenschaftler gegeneinander agieren, um sich zu verdrängen, das ist ja aus der Marktwirtschaft herausgekommen, weil die Wissenschaftler natürlich um Forschungsbudgets und um Kunden am Markt konkurrieren müssen. Und da muss man den Konkurrenten natürlich ausschließen, wenn man an den Futtertopf kommen will. Finde ich nicht ganz. Also da muss ich ein bisschen widersprechen. Also aus meiner Sicht ist diese Konkurrenz in der Wissenschaft nicht nur wirtschaftlich, sondern sie ist schon auch, dass wenn jemand eine Theorie quasi vorlegt, und ich meine, in der Software ist das ja genauso. Jemand legt ein Konzept, eine Architektur für und die anderen versuchen Löcher reinzuschießen. Und das passiert halt auch in der Wissenschaft. Also es kommt jemand mit einer neuen Theorie... Nein, wir sind in der Wissenschaft eben nicht. Doch, natürlich. Die Relativitätstheorie ist lange widerlegt. Die Maxwell'schen Gleichungen sind empirisch falsch. Es ist dermaßen viel falsch, auch in der Quantenphysik stimmen viele Dinge nicht. Es ist so viel schon widerlegt. Die Relativitätstheorie weiß ich nicht, es gab auch viele experimentelle Bestätigungen dafür. Sie mag wahrscheinlich nicht... Nein, die Relativitätstheorie ist praktisch keine einzige. Okay. Ist wieder... Das fängt bei Michael von Morley an, geht bei der Sonnenfinsternis von 1919 weiter. Die GPS-Satelliten, die funken sich gegenseitig Signale zu und kalibrieren sich laufend. Die Apollo-Mondkapseln... Die Uhr in Satelliten läuft zum Beispiel anders. Die sind alle mit Relativitätstheorie gerechnet, nicht mit Relativitätstheorie. Man hat die Relativitätstheorie noch niemals sinnvoll wirklich einsetzen können. Das sind alles Legenden. Aber gerade bei den Satelliten ist es so, dass ja die Uhren anders laufen, wenn die Satelliten... Ja, das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen. Das hat man... Mit den Atomuhren, die wurden sogar händisch nachjustiert. Sie müssen die Wissenschaftsgeschichte kennen. Wenn Sie Wissenschaftsgeschichte lesen, Wissenschaftssoziologie, dann Harry Collins zum Beispiel, der Golem der Wissenschaft und der Golem der Forschung, diese zwei Bücher, wenn Sie die gelesen haben, dann wissen Sie, dass das, was in unseren Schulbüchern steht, einfach falsch ist. Michelson-Morley haben sehr wohl... Es ist immer der aktuelle Stand des Irrtums. Dagegen sage ich ja gar nichts. Aber ich glaube, dass die... Nein, nein, nein. Es ist schon falsch, was damals, unmittelbar nach den Experimenten, darüber publiziert wurde. Im Mainstream. Nehmen wir Michelson-Morley. Michelson-Morley haben zunächst die Annahme getätigt, eines ruhenden Lichtäthers, durch den sich die Erde durchbewegt, um die Sonne, und gleichzeitig eine Eigenrotation hat. Und ausgehend von diesen Prämissen, dass er quasi durch einen ruhenden Äther durchsaust, haben Sie Prognoserechnungen angestellt, um wie viel die Bewegung des Lichts in verschiedene Richtungen voneinander abweichen müsste. Im Experiment haben Sie Abweichungen gemessen, tatsächlich. Die waren aber nur 20% von Ihrer Prognose. Und daraufhin haben Sie den Schluss am Ende Ihres Papers geschrieben, hiermit verwerfen wir die Hypothese des ruhenden Lichtäthers. Ruhenden hat man dann einfach weggeworfen, und damit ist der Lichtäther gestorben. Also das wusste nicht. Also aus meinem... Ja, das wissen Sie diese Bücher. Ich sage es Ihnen ja. Ohne die Wissenschaftsgeschichte verstanden, ohne das zu wissen, kann man in Wirklichkeit... Aber da müsste man jetzt einen Physiker, der sich da wirklich auskennt, das bin ich nicht, und das ist jetzt auch ganz anders. Ich kenne viele Physiker, sogar Leute, die bei den Patentämtern beschäftigt sind, die haben diese Bücher auch nie gelesen. Die haben Physik studiert, haben das nie erfahren, und lehnen jetzt Patente ab, zur Berechnung, zur Messung der Lichtgeschwindigkeit in verschiedene Richtungen, unter Berufung auf Michael's Morley. Seht ihr genau, was da passiert? Also das Morley-Experiment hat meines Wissens, unter Anführungszeichen nach, bewiesen oder gezeigt, dass eben Licht quasi unabhängig ist von der relativen Geschwindigkeit. Dass sich alle Lichtschnitte schnell ausbreiten. Und darauf fußt ja dann überhaupt das Gedankenexperiment von Einstein. Also wenn das falsch wird, dann muss ja der Einstein, also das ganze Gedankenexperiment, auch falsch sein. Das ist vollkommen richtig. Es gibt wunderbare Literatur von Christoph von Mettenheim zum Beispiel. Wenn Sie jetzt sagen, nur 20 Prozent, weiß ich nicht. Wie gesagt, ist er anders, bin ich, lass ich jetzt einfach mal so stehen, kann ich nichts dazu sagen. Interessant. Aber wir sind jetzt beim Geld. Da sind die Fehler genauso fundamental. Das passt schon zusammen. Das ist der Grund, weil eben, und das ist auch die Notwendigkeit, endlich systemische Wissenschaften zu schaffen, wo wir wirklich, zum Beispiel, nehmen wir mal an, systemisch betrachtet, würden wir jetzt die Relativitätstheorie, obwohl sie eben in vielen Fällen widerlegt wurde, also schon von der Logik her, von den Ausgangsgleichungen her, ist ja da schon vieles falsch, aber wir würden sie zum Beispiel testen. In dem Fall würden wir schauen, ob es irgendeinen Anwendungsbereich gibt, in dem man sie empirisch sinnvoll verwenden kann und wenn es den gibt, dann würden wir gar nicht darüber schimpfen, würden sagen, okay, für den Zweck verwenden wir sie, da stecken wir die Grenzen ab und für einen anderen halt nicht. Dann nehmen wir zum Beispiel irgendein Ätherphysikkonzept, weil auch den wenigsten bekannt ist, dass ja Einstein am Ende seines Lebens dann wieder zur Äther-Idee zurückgefunden hat. Er hat gesagt, es ist ganz klar, es braucht irgendeine Form von Medium, ein leerer Raum, in dem nichts ist, da kann sich auch nichts bewegen. Burkhard Heim ist da vielleicht auch interessant. Burkhard Heim ist hochinteressant und ist also etwas von der neueren Physik, die man wirklich brauchen kann, also einen weiteren Anwendungsbereich hat, als die Relativität. Aber der hat ja vor allem auch so einen Raum, in dem dann die Raumzeit drinnen ist, also einen sechstdimensionalen Raum quasi. Genau, die Schüler sind dann bis auf zwölf Dimensionen gegangen. Ja, ja, genau. Gut, gut. Ich freue mich, dass Sie sich da auch damit beschäftigen. Oh, ja, ja. Wir haben da mit Eloban von Ludwig auch Interviews gehabt, der ihn ja persönlich kam. Der vertritt in der Öffentlichkeit, völlig richtig, ja. Ja, nein, das ist ein wirklich interessanter Mann, wirklich interessanter Mann. Sehen Sie, und unser Ziel ist jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die Medizin. Bei der Medizin haben wir ja heute die Situation, wenn Sie in ein Krankenhaus kommen, dann müssen Sie ja die Kostenträger dort auslasten. Ja, Sie kommen wegen irgendetwas hinein und dann werden x Untersuchungen angestellt, nur damit die Maschinen eingesetzt werden, die Sie um teures Geld dort angeschafft haben und in welchem Zustand Sie das Krankenhaus dann wieder verlassen, ist dann beinahe nebensächlich, nicht? Das Krankenhaus muss halt einfach an Ihnen verdienen. Und darum heißt dieses Haus auch so, nämlich Krankenhaus, da kommen Sie als Kranker dann wieder raus. Bei der systemischen Wissenschaft wäre das völlig anders, denn dort würden wir das einen gesunden Haus nennen, da würde der Gesundheitsstatus, wenn Sie dort hineinkommen, erhoben werden und wenn Sie es wieder verlassen und Ihre ganzen Budgets und Ihre ganzen Anreize würden die dort Beschäftigten nur erhalten, aufgrund dieser Differenz, um wie viel geht es den Menschen nachweisbar, wenn sie dieses Haus verlassen, besser und welche Mittel Sie in der Zwischenzeit dort verwendet haben, ob das Substanzen waren, Chemikalien, technische Geräte oder ich weiß nicht, beten und Hand auflegen, ist vollkommen egal. Denn nur in diesem Setting, in diesem Umfeld, ist garantiert, dass alle, sowohl die Patienten als auch die Ärzte und Krankenschwestern, Pfleger etc. an einem Strang ziehen und das gleiche Interesse haben, nämlich die effizientesten, besten Methoden einzusetzen. Auch die Chinesen haben ja früher den Arzt nur dann bezahlt, solange sie gesund blieben. Angeblich. Angeblich, okay. Das habe ich auch gehört, ja. Viel aber interessantes Konzept. Aber dann sind wir eigentlich bei der Gesundheitswissenschaft und nicht mehr bei der Krankheitswissenschaft. Die Definition des Euro oder überhaupt jetzt von Geld, aber nehmen wir jetzt den Euro her, aus der Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers, was ist das eigentlich, was wir da eben sagen? Naja, Geld, nehmen wir den Euro, ist ein Nichts. Es ist ein Nichts, das verknappt wird, um damit einen Tauschwert vorzutäuschen. Ein reines Symbol, das an sich keinen Tauschwert hat. Da wird ein Angebot und eine Nachfrage simuliert und aufgrund dieser Größen, die also die Leute hinter den Kulissen beliebig manipulieren können, also die, die in Geld gerechnet, also in diesem Nichts bewertet, den größten Einfluss haben, können die diese Werte manipulieren, damit sie eben ihre wirtschaftlichen und auch politischen Interessen am besten durchsetzen können. Aber sehen Sie das als Problem, dass das eigentlich ein Nichts ist? Ich sehe das gar nicht als Problem. So eine Konvention, ne? Ich sehe es eher als Problem, dass man den Menschen vortäuscht. Das wäre etwas anderes als ein Nichts. Also, wenn wir ehrlich damit umgehen würden, dann würden wir ja auch erkennen, dass ein Wertmaßstab, also eine Maßzahl, auf keinen Fall gleichzeitig ein Tauschmittel sein kann. Das schließt sich ja wirklich schon von der Logik her gegenseitig aus. Ein Tauschmittel ist ja genau das. Wenn es mir um den Tauschwert geht, dann habe ich genau dieses Problem. Dann darf ich es nicht in großer Menge auf den Markt bringen. In dem Moment, wo ich alle Bedürfnisse abdecke, ist es in Wirklichkeit wertlos. Der Wert, der Tauschwert, sinkt mit der Verfügbarkeit. Je mehr ich habe, desto weniger ist es im Tauschwert wert. Aber wir haben natürlich Alternativen. Wir brauchen ja nicht den Tauschwert. Nehmen wir beispielsweise den Nutzwert oder den Gebrauchswert. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Den Tauschwert kann man, zumindest ex post, im sogenannten Preis eindeutig abbilden. Davon lebt ja auch das Rechnungswesen. Wir vermuten immer, wir wüssten im Vorhinein Preise oder wir könnten die aufzeichnen, abzinsen, aufzinsen, irgendwie kalkulieren, daraus Sicherheiten ableiten. Aber das geht immer nur bei einem Tauschwert, weil der Tauschwert ist objektiv. Das heißt, er ist für den Verkäufer und für den Käufer nach dem Tausch dasselbe. Weil ja der Preis bezahlt wird. Oder in den Vertrag geschrieben, vereinbart. Der subjektive Wert, also der Nutzwert, der Gebrauchswert, muss ja hingegen bei Käufer und Verkäufer immer ein unterschiedlicher sein. Denn wenn dieser Gebrauchswert, also der Grund, warum ich etwas kaufen will, sowohl für Käufer als auch für Verkäufer genau gleich wäre, dann würde ja gar keine Transaktion mehr stattfinden. Weil dann erhalte ich ja nur den Geldbetrag, den die Sache aus meiner Sicht auch wirklich wert ist. Und dann verlieren ja beide Parteien nur die sogenannten Transaktionskosten. Also dann würden sich sämtliche Transaktionen sofort aufhören und der Markt würde einfrieren. Das haben wir bei den Banken, am Interbankenmarkt gelegentlich ja auch wirklich erlebt. Das ist ja diese Absurdität der Idee der vollkommenen Information auf den vollkommenen Kapitalmärkten. Denn bei vollkommener Information hören die Transaktionen auf. Da sind die Erwartungen alle gleich, da ist der Wissensstand gleich, damit haben auch alle gleiche Preise und keiner hat mehr einen Grund, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Ja, also man hat ein Bedürfnis nach einem gewissen Nahrung oder Wasser zum Beispiel. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sie müssen jetzt auseinanderhalten, reale Werte und Finanzwerte. Ah, okay, okay. Ja, weil die Finanzwerte decken keine realen Bedürfnisse. Und das mit Lebensmitteln, ja, oder mit Medikamenten beispielsweise, da gehen wir ja dann sofort, wenn wir uns auf diese Angebotsnachtragespiele einlassen, in einen Bereich, der moralisch unglaublich sensibel wird. Denn das ist ja dann schon die Grenze zur Erpressung. Stellen Sie sich vor, was ist ein Medikament, dass ein Allergiker, der gegen Bienenstiche zum Beispiel allergisch ist, das Leben retten kann, wenn Sie jetzt nicht allergisch sind, was zahlen Sie für so ein Medikament? Wahrscheinlich gar nichts, weil Sie es nicht brauchen. Aber wenn Sie das haben und Sie kennen jemanden, der dagegen allergisch ist, wann werden Sie es ihm anbieten? Und zu welchem Preis? Wenn gerade ein Bienenschwarm auf ihn zukommt, ja. Naja, am besten, wenn er gestochen wird. Wie lange hältst du das noch aus und wie viel Pfahlst du mehr? Der Preis wird steigen. Jemand hat ein schönes Zitat von einem Manfred Hinrich, das ist ja ein deutscher Philosoph, ich kenne ihn persönlich nicht. Geld ist ein Menschlichkeitstest. Ja, das ist wirklich gut. Jetzt die Schöpfung. Also gut, Euro, das ist also jetzt ein, vom Konzept her... Ja, vom Konzept her ist der Euro insofern eine Fehlgeburt und das hat man von Anfang an gewusst, als ja, wie soll ich sagen, Löhne und Zölle in einem Währungsraum oder in mehreren Währungsräumen unterschiedlicher Länder und Wechselkurse voneinander abhingen in der Vergangenheit. Das heißt, der Wechselkurs hat es ermöglicht, dass es Ländern, die aus irgendeinem Grund in einem bestimmten Bereich weniger produktiv waren als in einem anderen, dass die dort trotzdem ein höheres Lohnniveau haben konnten, weil dann eben über den Wechselkurs die Angleichung am Markt stattgefunden hat. Und wenn wir jetzt die Wechselkurse wegnehmen in einem Raum von unterschiedlichen Ländern, unterschiedlicher Kultur mit unterschiedlicher Produktivität, dann ist es vollkommen klar, dass dieser Ausgleich nicht mehr über den Wechselkurs passieren kann und dann muss er über das Lohnniveau erfolgen. Das Problem erleben wir gerade. Und das spürt die Bevölkerung. Und wissen Sie, ich war gegen die Einführung des Euro und bin genau mit diesem Argument seinerzeit schon mit Flugblättern auf der Straße gestanden. Jetzt der Euro und jede andere Währung, also abgesehen von den spezifischen Problemen, die jetzt der Euro auch noch hat, weil er eben völlig verschiedene Wirtschaftsräume, vor allem Nord- und Südeuropa, unter eine Decke bringt, hat er das prinzipielle Problem, dass alle Fiat-Währungen, also Währungen, die quasi aus sich selbst heraus geschöpft werden, was ich ja prinzipiell auch nicht als Problem sehe, ist ja eher das, was man dann damit macht. Aber das Problem, das Sie da vor allem sehen, ist die Schöpfung, die Geldschöpfung. Die, sagen Sie, ist in den falschen Händen oder ist, oder erklären Sie das einmal. Der Punkt ist, dazu muss man natürlich ein bisschen von Buchhaltung verstehen, im Kern ist es wahrscheinlich ein Buchungsfehler. Es wird einfach bei der Geldschöpfung falsch gebucht. Die Bank bucht die Sichteinlage, also ihr Kontoguthaben und alle Kontenguthaben, der Sparer, die die Einlagen zahlen, aber auch der Kreditnehmer. Alles, was man eben als Sichteinlage bezeichnet, steht auf der Passivseite der Bank und ist damit eine Schuld, also ein Schuldschein der Bank. Die Bank bleibt den Kreditnehmer, das Kreditgeld in Wahrheit schuldig. Und er gibt jetzt diesen ungedeckten Schuldschein, weil die Bank hat ja keine Deckung für das Girardgeld, einfach an einen jemand anderen, einen anderen Bankkunden weiter. Er reicht das jetzt einfach weiter. Dieser Bankkunde ist getäuscht, der andere, also zum Beispiel der Häuslbauer, der einen Hypothekenkredit aufnimmt. Der zahlt seinen Baumeister, die sind beide bei derselben Bank, und der Baumeister ist jetzt der irrigen Meinung, das wäre positives Geld, zum Beispiel das Geld der Sparer, oder Geld, das sein Kunde bereits im Sparstrumpf hatte, also Bargeld. Und er weiß nicht, dass das ein ungedeckter Bankschuldschein ist. Und es geht sogar noch weiter, das ist ja nicht nur bei der Kreditvergabe so, sondern auch wenn die Bank etwas kauft. Immer wenn die Banken Immobilien kaufen, Wertpapiere, wenn sie ihre Mitarbeiter bezahlen, oder die Boni an die Vorstände, dann buchen sie einfach nur auf die Passivseite, denn sie buchen diesen Menschen auf ihr Girokonto, und das ist eine Schuld, aus Sicht der Bank, die Bank verschuldet sich laufend, und diese Bankverschuldung, das sind die Guthaben der Bankvorstände und die Boni, die sich jetzt mit vollen Händen rausschmeißen, und wenn die Löcher in den Bankbilanzen auf der Passivseite wieder zu groß werden, dann holen sie sich Steuergeld. Und das ist das, was einfach so absurd ist und so einfach unvorstellbar, dass man das mit Politikern, mit aufgeklärten Menschen machen kann, dass sich die das überhaupt bieten lassen. Das Problem, das Sie da jetzt sehen, ist, dass zum Zeitpunkt, wenn ich das jetzt mit meinen Worten zusammenfassen kann, dass zum Zeitpunkt der Kreditnahme, wenn jetzt jemand zur Bank geht, sich ein Haus kaufen möchte oder so, und nimmt sich jetzt 200.000 Euro Kredit auf, dann wird in dem Fall in diesem Moment dieses Geld quasi virtuell geschaffen, als Verbindlichkeit der Bank, als auch als Forderung der Bank gegenüber diesem Kunden, also Verbindlichkeit und Forderung gleichzeitig. Gegenüber dem selben Kunden. Gegenüber dem Kunden. Und der kann aber dieses Geld nehmen, jemanden anderen überweisen und meistens, interessanterweise, wenn man jetzt einen Kredit aufnimmt für ein Haus, kann man das auch wirklich nur dafür verwenden. Da ist die Bank ziemlich dahinter. Also man kann da nicht hergehen und das Bar abheben. Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber der überweist es ja dann an jemanden anderen und der kann das dann ja bar abheben. Das heißt, die Bank, weil sie dann ja auch argumentieren, dass die Bank da irgendwie keinen Verlust hätte, wenn dieser Kredit flöten geht, aber es muss doch irgendwer einen Verlust haben bei derjenige, der das dann bekommt. Der kann ja damit dann einkaufen gehen, der kann sich ein Auto kaufen. Es gibt da wunderbare, unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das missbrauchen kann. Und genau unter dem leiden wir momentan als Massenphänomen. John Kenneth Galbraith, ein ganz berühmter amerikanischer Wirtschaftsprofessor, hat ein tolles Buch über 1929, über die Krise 1929 geschrieben, ist auch auf Deutsch übersetzt worden. In der neuesten Ausgabe hat sein Sohn James Galbraith auch Wirtschaftsprofessor das Vorwort geschrieben. Und der kommt zum Schluss und erklärt das ganz klar, jede Wirtschaftskrise, auch die 1929, war am Beginn ein Massenbetrug. Wirtschaftskrisen sind immer Massenbetrug. Das ist nicht einfach irgendein Systemfehler, oder irgendjemand, der sich nicht auskennt. Und das ist auch kein Konjunkturzyklus, sondern das ist eindeutig nachweislich Betrug, in jedem Fall Betrug. Und das ist das, was einfach unerträglich ist. Er nennt es in einem anderen Buch, John Kenneth Galbraith, die Ökonomie des unschuldigen Betrugs. Und da kann ich auch wieder gut damit leben, weil vielleicht 90% derer, die auf die Art und Weise eigentlich betrügen, gar nicht wissen, was sie tun. Weil ihnen genau das, dass es in Wirklichkeit ein ungedeckter Schuldschein der Bank ist, so ein Kreditgeld, das da geschöpft wird, am Girokonto des Kreditnehmers, weil das die Menschen nicht erfahren, die wissen das nicht. In der Ausbildung wird das ganz, ganz krass unterschlagen, dieser Umstand. Und was ich dazu jetzt noch sagen möchte, ja, sie können, das ist wirklich gespielt worden und wird zugespielt mit sogenannten Überfinanzierungen, das System jederzeit missbrauchen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einer Bank, weil Sie den Kredit haben wollen, sagen Sie 500.000 Euro und die Bank sagt Ihnen, das ist überhaupt kein Problem. Sie kriegen nicht 500.000 Euro, die kriegen Sie auch, aber als Geschenk können Sie gleich behalten, Sie kriegen zusätzlich noch 5 Millionen. Und die 5 Millionen, um die müssen Sie uns aber ein Grundstück abkaufen, nämlich der Bank selber. Denn unser Grundstück ist in Wirklichkeit nur eine Million wert, aber wenn wir dann einen Umsatz nachgewiesen haben, also einen Verkauf an einen Dritten, können wir alle anderen Grundstücke in ähnlicher Lage in der Bilanz mit diesem Wert beibehalten, müssen nicht abwerten und haben damit keine Verluste und das ist uns das bisschen Kreditgeld wert. Und dann hat die Bank Verluste vermieden oder aber Gewinne erzeugt. Oder nehmen wir das, was die Barclay Bank gemacht hat in England und was auch die Hypo-Albertria gemacht hat. Die vergibt einem Kunden einen riesengroßen Kredit zu welchem Zweck? Damit der Kunde mit diesem Kredit frisch begebene Aktien der Bank kauft. Das muss man sich vorstellen. Also die Bank gibt selber einen Kredit an jemanden, der dieses Geld, das im Kredit gerade geschöpft wurde, in Aktien der Bank investiert und so schafft es die Bank, die Verbindlichkeit sofort in Eigenkapital umzuwandeln und hat nicht nur Geld geschöpft, sondern auch gleich Eigenkapital. Das heißt, Banken schöpfen Geld, also private Institutionen erzeugen Geld und bei Bedarf auch Eigenkapital. Also nicht nur die Zentralbanken? Nein, die am wenigsten. Das macht die Geschäftsbank. Aber das glauben wir alle. Genau das ist ein Fehler. Und bei der FDP und der Schäffler, der Frank Schäffler und die alle, die schimpfen auch immer auf den Staat, obwohl der Staat ja keinen Einfluss auf die Zentralbank hat, erster Denkfehler, dann die Geldschöpfung der Zentralbank, obwohl das ja eigentlich bei den Geschäftsbanken passiert, zweiter Denkfehler. Warum? Ich halte die Menschen nicht für so unerfahren oder unklug, auch das ist wieder meiner Meinung nach eine ganz gezielte Kampagne. Und das haben wir nicht notwendig, wir können das offen auf den Tisch legen. Ich empfehle in dem Zusammenhang auch das Buch von William K. Black, William K. Black, also K. Black wie die Farbe, war Ende der 80er Jahre in den Vereinigten Staaten einer der obersten Bankenprüfer. Und damals war in den Vereinigten Staaten die sogenannte Saving and Loan Crisis zu beobachten, also da sind ungefähr 3000 kleine Sparbanken zusammengebrochen und die wurden vom Staat über einen eigenen Fonds aus Steuergeldern aufgefangen und dann hat man gemeint, das war unter Reagan eben neoliberale Phase, Reagan hat gemeint, und jetzt suchen wir mutige Investoren, die eben zu einem sehr billigen Schnäppchenpreis diese Pleitebanken kaufen und damit die dann am freien Markt erfolgreich werden, werden die dann überhaupt nicht mehr reguliert. Der ganz freie Wettbewerb macht die dann erfolgreich. Und William K. Black schreibt in seinem Buch, das den schönen Titel trägt, The best way to rob a bank is to own one, was dann passiert ist. Er sagt, die Käufer dieser Schnäppchenbanken waren alles Strohmänner, die sich das Geld der Mafiabossen ausgeborgt haben. Und kaum, dass sie diese Banken gekauft haben, haben sie dem jeweiligen Gangsterboss, dem sogenannten Bankster, einen Kredit gewährt, der höher war als der Kaufpreis der Bank. Die haben den Kredit natürlich nie zurückgezahlt, die Bank ist wieder zusammengebrochen und wurde wieder aufgefangen. Und das ist das Grundproblem der Kredit, der Schuldgeldschöpfung, dass die Kreditvergabe selbst überhaupt nicht kontrollierbar ist. Und es gibt den schönen Spruch Follow the money. Wenn man hier einfach schaut, unter welchen Bedingungen wer welches Geld bekam, wo dann auf die Assets, also auf die Sicherheiten zugegriffen wurde, enteignet wurde und wo man einfach abgeschrieben, also ausgebucht hat, dann kann man erkennen, wer ist aus der eigenen Familie, wer ist aus dem Freundeskreis, wer ist der Begünstigte und wen lässt man eben dumm sterben. Es ist so einfach. Mehr ist überhaupt nicht dahinter. Mit den Buchungssätzen wird Geld erzeugt, das vorher nicht da war und wenn es sich bilanziell nicht ausgeht, dann muss eben der Steuerzahler herhalten. Und diese Machenschaften, wo also eigene Aktien dann gekauft werden, das funktioniert aber auch nur, wenn, solange die Zinsen quasi bei fast Null sind, denn sonst muss derjenige ja dann für diesen Kredit, den er da bekommt, sehr hohe Zinsen zahlen, die ihn ja dann unterschlagen. Ja, das hängt ja davon ab, der kann sich ja unter Umständen auch wieder günstig refinanzieren. Aha, also der verschuldet sich neu um die Zinsen des alten. Selbstverständlich. Sie dürfen nicht vergessen, die Banken können da ja auch wunderbar zusammenspielen und es ist ja auch nicht so, was man oft in den offiziellen Definitionen liest, das hat ja auch seinen Grund, warum das drinsteht, Geld ist die Schuld einer Bank gegenüber einer Nichtbank. Wird denn vielleicht geläufig sein, diese Definition? Habe ich jetzt gehört, vor allem in der Vorbereitung. Ja, wunderbar. Ich kann es jetzt ein bisschen erweitern, Geld ist nicht nur die Schuld einer Bank gegenüber einer Nichtbank, sondern auch die Schuld der Bank gegenüber einer Bank. Das heißt, wenn zwei Banken beispielsweise Anleihen tauschen, dann haben sie ja mit Geld geschöpft. Und ich kann Ihnen auch erklären, wo das herkommt. Das Ganze geht zurück auf eine Zeit, noch vor der französischen Revolution, als der Adel, der Landadel, auch gleichzeitig noch die Macht der Geldschöpfung hatte. Damals gab es, nehmen wir mal an, zwei Grafen, Landgrafen, die besaßen ein großes Gut, jeder, das war, sagen wir mal, jeweils 10 Millionen wert. Und die hatten jetzt aber kein Tauschmittel, kein Geld, keine Silbermünzen, Goldmünzen, was auch immer, aber eben 10 Millionen in Landvermögen. Jetzt hat jeder dieser Adeligen, sagen wir mal, einen Schuldschein in Höhe von 100.000, Dukaten oder was auch immer damals die Währung war, ausgefüllt und unterschrieben und dem jeweils anderen gegeben. Das heißt, sie waren sich hinterher nichts mehr schuldig, weil ja jeder dem anderen in gleicher Höhe einen Schuldschein gegeben hat, 100.000. Sie besaßen Grundvermögen im Wert von 10 Millionen, also war das auch locker gedeckt und jetzt konnte jeder diesen Schuldschein auch entsprechend weitergeben als gedecktes Zahlungsmittel. Und im heutigen Fall ist es im Prinzip beim Bankkredit genauso. Sie geben der Bank eine Unterschrift auf den Kreditvertrag und die Bank bucht auf ihr Girokonto. Der Kreditvertrag, der unterschrieben ist, ist Ihr Schuldschein, der mit Ihrer Sicherheit oder Bonität gedeckt ist. Die Buchung am Girokonto ist der Schuldschein der Bank, der durch nichts gedeckt ist. Die Bank verkauft ihren Kreditvertrag sofort am freien Markt an eine andere Bank weiter, hat sich damit im Nu refinanziert, hat also daher auch keinen Verlust bei Kreditausfall. Dahinter stehen dann auch massenweise Versicherungen. Und dieser Schuldschein der Bank, der nichts wert ist, Ihr Giraldgeld, ist ein endloser Wechsel. Ein Wechsel ohne Ablaufdatum, weil das Giraldgeld können Sie ja ewig im Kreis schicken. Ihr Kreditvertrag hat aber dann ein Ablaufdatum und wenn Sie dann nicht nochmal Geld beschaffen können, dann werden Sie um die Sicherheit umfallen und werden enteignet. Was also passiert bei jedem Kreditvertrag, ist, dass Sie in Wirklichkeit zweimal bezahlen. Einmal mit dem Kreditvertrag, der ein werthaltiges Tauschmittel ist und einmal mit zusätzlichen Tauschmitteln, die die Bank dann noch einmal von Ihnen fordert. Risikomanagement ist ja ganz wichtig in der heutigen Wirtschaftswelt. Nein, ist ein völliger Unfug. Ist eine Erfindung von Menschen, die sich nicht auskennen und ein Missbrauch von Statistik, nebenbei bemerkt. Ja, aber diese ganzen Hedgefonds und so weiter, die managen doch das Risiko. Das hat schon am Anfang an nicht funktioniert. Kennen Sie die Geschichte von Long Term Capital Management? Ich empfehle Ihnen das kleine Taschenbuch. When Genius Fails. Das ist die Geschichte von Long Term Capital Management. Das war der erste Hedgefonds in der Geschichte und da war einer der drei Miterfinder der Black-Skohls-Formel. Das ist die mathematische Bewertungsformel für Optionen. Der war damals mit im Boot, ein Nobelpreisträger. Und der hat sich auf diese statistische Formel verlassen und die haben also sehr, sehr selbstbewusst behauptet, das ganze Universum ist nicht alt genug, dass es sich ausgeht, dass unser Fonds ein einziges Mal das ganze Eigenkapital verliert. Und Long Term Capital Management hat aber nicht einmal zwei Jahre gebraucht, um pleite zu sein. Und zwar so pleite, dass Alan Greenspan in einer Nacht- und Nebelaktion übers Wochenende die zwölf größten amerikanischen Banken vergattern musste, dass die Long Term Capital Management aus ihren Positionen herauskauft, sonst wäre schon damals, Ende der 80er Jahre, das amerikanische Bankensystem zusammengebrochen. Und den Zusammenbruch, auf den warten ja alle jetzt schon mittlerweile fast, also die Warten. Ich kann Ihnen jetzt einmal noch erklären, warum das so sein musste und was der Denkfehler war. Wieder ein typischer Fehler der Wissenschaft. Wir haben es in Wahrheit mit flächendeckenden Wissenschaftsbetrug zu tun und wenn man das weiß und wenn man ein ehrlicher Wissenschaftler ist, dann kann man hilfreich einspringen. Was haben die gemacht? Die, also Black und Scoles und ein gewisser Herr Fischer, die das zu dritt erfunden haben, die waren bei der RAND Corporation, Research and Development, beschäftigt und hatten damals sehr große, noch damals natürlich alte, Großcomputer zur Verfügung. Und bei der RAND Corporation wurde auch Raketentreibstoff entwickelt. Und daher waren die thermodynamischen Gleichungen in diesen Computern als Software abgespeichert. Und die Wirtschaftswissenschaftler hatten den Auftrag, eine Optionsbewertungsformel zu erstellen. Und die thermodynamischen Gleichungen der Physiker gehen von der Idee aus, dass sich Gase aus einem Punkt wolkenförmig ausbreiten und dann quasi zufällig verteilen sich die Teilchen gleichmäßig im Raum. Also nach einer Zufallsfunktion. Und da ist den Ökonomen aufgefallen, dass ja auch in der Ökonomie bei den Preisen von Assets und Wertpapieren die Random Walk Prämisse gilt, als Dogma mehr oder weniger, dass man also die Preise nicht vorhersehen kann, eine zufällige Preisbewegung. Und da sind sie auf die Idee gekommen, einfach die thermodynamischen Gleichungen auf der Zeitachse umzudrehen, also die Gaswolke einfach auf T0 zu verdichten, rechentechnisch, und das ist das Brex-Kohls-Modell. Das Brex-Kohls-Modell kommt eigentlich von den thermodynamischen Gleichungen, ist also aus der Physik gestohlen und hat natürlich auf einem wirklichen Markt für wirkliche Menschen mit wirklichen Preisen nichts verloren. Warum? Weil jeder Broker und jeder Trader, der für sie Geschäfte abschließt, genau weiß, was sie kaufen und was sie verkaufen und auch ihre Gegner am Markt das dann spitz kriegen. Sie kämpfen nicht gegen den Zufall am Markt, sondern in Wirklichkeit gegen informierte Gegner, die den Markt wieder so gegen sie aufstellen können, dass sie, wenn der Gegner mächtiger ist, auf keinen Fall eine Chance haben. Das wird aber in den Rechenmodellen unterschlagen. Warum? Weil man erstens diese Informationskanäle verstecken will und zweitens will man sich dann immer auf den großen Zufall ausreden, damit man straffrei ausgeht bei Manipulation. Gut, fassen wir zusammen. Sie sehen also jetzt als Hauptproblem, oder fassen Sie vielleicht zusammen, jetzt in möglichst kurzen Sätzen, und das ist, mir fängt ja jedes Mal der Kopf sich zu drehen an, bei diesen ganzen Wirtschaftsthemen, weil es geht vom Hundertsten ins Tausendste, und das ist, das hängt auch alles miteinander zusammen. Und die Katze beißt sich in den Schwanz permanent, aber können Sie das in ein paar Sätzen mal sagen, was aus Ihrer Sicht das grundlegende Problem des derzeitigen Geldsystems ist, und wie man das jetzt mit zum Beispiel dem von Ihnen vorgeschlagenen Informanil lösen könnte? Ja, das ist relativ einfach. Ich schreibe ja gerade an dem Nachfolgewerk zum Ende des Geldes, das Buch heißt Geld oder Leben, und da bringe ich es folgendermaßen auf den Punkt, es geht um die systemische Gesellschaftswissenschaft. Da sind wir also wieder bei den systemischen Wissenschaften, deswegen hängt das alles zusammen. Wir haben in der Vergangenheit den wirklich Kardinalfehler begangen, Rechtswissenschaften auf der einen Seite aufzubauen, und Wirtschaftswissenschaften, also Ökonomie auf der anderen Seite, und beide Wissenschaften nennen sich normativ. Das heißt, es geht hier um Wissenschaften, die den Menschen Regeln zum Leben vorgeben. Das ist natürlich nicht der Sinn von Wissenschaft. Normativ, das ist ein Herrschaftsinstrument, hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun. In der Wissenschaft geht es um Erkenntnis, Erkenntnis sollte der gesamten Gesellschaft dienen, nicht nur einer kleinen Gruppe von Menschen im Hintergrund. Und das ist ganz logisch, wenn ich auf der einen Seite von den Ökonomen bedrängt werde, Geld zu maximieren, meine Gewinne, auf der anderen Seite muss ich aber juristisch bestimmte Gesetze einhalten. Dann werde ich irgendwann auf die Idee kommen, wenn ich weniger Gesetze einhalten müsste, dann könnte ich mehr Geld verdienen. Beziehungsweise, wenn ich zu wenig Geld verdiene, dann habe ich auf einmal auch rechtliche Probleme. Und das ist eben ein konstruierter Sachzwang zwischen Recht und Ökonomie. Eine systemische Gesellschaftswissenschaft schaut vollkommen anders aus. In der systemischen Gesellschaftswissenschaft entwickeln die Menschen, die in einer Gruppe wohnen oder an einem Projekt gemeinsam arbeiten in der Kooperation, für diesen Zweck gemeinsam regeln, die sie im Konsens abstimmen. Also so, dass dann alle mit diesen Regeln wirklich einverstanden sind. Was relativ einfach ist, wenn man es mal verstanden hat, wie es geht. Also konsensierte Regeln und ökonomisch, also mit Geldschöpfung, mit Belohnungspünktchen, belohnen sie dann die Menschen dafür, dass sie sich an die Regeln halten. Und schon sind alle Sachzwänge aufgelöst. Im heutigen System ist ja der große Anreiz für intelligente Menschen der, das System auszutricksen. Jeder, der weiß, wie er in der Bilanz die Werte schön färbt oder bestimmte Gesetze vermeidet oder vielleicht auch seinen Geschäftspartner über den Tisch zieht, ohne dass er rechtliche Probleme kriegen kann, der wird mit Gewinnen belohnt. Warum? Weil wir durch die Weitergabe des Geldes in einem Tauschsystem ein Nullsummenspiel konstruiert haben. Da gibt es ein schönes Beispiel bei den Kartenspielen. Poker ist das klassische Nullsummenspiel. Alle Sätzen, alle Spieler. Ein Gewinner takes it all. Das heißt, der Gewinner nimmt alle Einsätze der anderen Spieler, seinen auch. Das heißt, er kann nur das gewinnen, was die anderen verlieren. Gewinne und Verluste einer Runde gleichen sich immer zu Null aus. Es gibt aber auch andere Kartenspieler, die sind interessant, zum Beispiel Rage oder Wizard. Und die funktionieren so, dass eben die Mitspieler ein Blatt bekommen, eine Karte ausgeteilt und dann wird eine Trumpffarbe ausgedeckt. Und dann muss jeder Spieler sagen, bei seinem Kartenblatt und dieser Trumpffarbe, wie viele Stiche er voraussichtlich in dieser Runde machen wird. Wenn er dann genau so viele Stiche macht, erhält er pro Stich Punkte und noch zusätzlich Belohnungspunkte. Macht er aber mehr oder weniger Stiche, dann kriegt er Straßpunkte, weil er sich nicht an seinen Kontrakt, also an seinen Vertrag gehalten hat. Und jetzt gehen wir das im Kopf ein bisschen weiter, nehmen wir an, drei Spieler spielen dieses Spiel und es gibt insgesamt zehn Stiche in dieser Runde. Zwei Spieler sagen, sie machen jeder vier und der dritte, er macht zwei Stiche. Und der, der also jetzt zwei Stiche machen will, macht die, lässt nach, dann macht der nächste seine vier und dann der dritte, es geht sich also genau aus, dann müssen wir nach dieser Runde zwangsläufig alle Spieler belohnen, weil sie sich an ihren Vertrag gehalten haben. Die kriegen dann alle ihre Bonuspunkte. Und sie sehen jetzt sofort, dass das in einem Nullsummenspiel nicht geht, wenn niemand da ist, dem sie Punkte wegnehmen können, wenn alle sich an die Verträge gehalten haben. Aber das wäre der Sinn einer fairen Wirtschaft, sich an den Vertrag zu halten. Das heißt, ein moralisches Geldsystem, wo Recht und Ökonomie in eins fällt und wo die Teilnehmer an der Wirtschaft dafür belohnt werden, dass sie sich an ihre Verträge halten, kann kein Nullsummenspiel sein. Die soll Habenbuchung, wo wir Geld über Forderungen und Verbindlichkeiten im Kreis buchungstechnisch weitergeben, verhindert, allein aus diesem Grund, dass wir ethische Regeln in der Wirtschaft überhaupt einsetzen können. Wir können Menschen, die sich moralisch hochwertig in der Wirtschaft verhalten, heute nicht belohnen, weil wir niemanden das Geld wegnehmen können, um sie zu belohnen. Das heißt, diese Idee, dass wenn jemand einen Gewinn macht, jemand anderen, jemand anderer einen Verlust machen muss, das ist jetzt wogegen sie sich stellen. Richtig, und das ist ausschließlich die Buchungstechnik. Aber ist das nicht, ich meine, und das ist nämlich so ein Knackpunkt, weil das ist aber irgendwie nachvollziehbar, denn die Menge der Güter ist ja nicht unbegrenzt. Moment, 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 Konzeptionell schon, wir können immer etwas Neues schaffen und etwas Neues produzieren. Ja, aber unbegrenztes Wachstum ist nicht möglich in einem Moment, Moment, natürlich, natürlich, materiell nicht, quantitativ auch nicht, qualitativ aber sehr wohl. Ich will Ihnen auch ganz kurz erklären, wie ich mir das vorstelle. Wenn wir in kleinsten Einheiten, zum Beispiel in Einfamilienhäusern, die Familien, die dort wohnen, komplett autark machen. Die haben ihre autonome Energieversorgung, können lokal ihre gesunden Lebensmittel herstellen, die haben ihre Elektromobilität gleich dabei, die können sich ihre Kleidung aus 3D-Druckern, aus Fabricatern herstellen, ja, auch ihre Güter des täglichen Bedarfs, dann sind wir im unendlichen Wachstum. Dann sind wir dort angelangt, wo jeder denkmögliche Bedarf sofort auch durch irgendeine Technologie gedeckt werden kann. Ja, aber die brauchen ja trotzdem für ihre Drucker das Material, damit sie das drucken können. Ja, das ist kein Problem, wenn sie auf der Wiese anbauen, solche Dinge können sie machen. Aber trotzdem ist das nicht unbegrenzt verfügbar. Die brauchen ja auch nicht unbegrenzte Mengen, weil das wäre ja so, wie wenn ich vorhätte, jetzt unendlich viel Schnitzel zu essen. Das wird ja keiner wollen. Man muss also schon ein bisschen Realität und Theorie auseinanderhalten. Es ist genauso wie die Physiker, finde ich absolut lächerlich, wenn sie anfangen, mit Unendlichkeiten rechnen zu wollen. Und dann sagen sie in einem unendlichen Zeitraum, da passiert das und jedes und da gibt es unendlich viele Kopien von uns, die alle gleich sind, ja, weil bei einem unendlichen Universum gibt es uns eben unendlich oft doppelt. Und das macht einfach keinen Sinn mehr, weil da hat die Realität und die Theorie in Wirklichkeit ihre Berechtigung verloren. Das geht so nicht. Bevor wir jetzt wieder auf das Feld der Physik hinaus galoppieren. Wissenschaft ganz allgemein. Ja, aber trotzdem, kommen wir jetzt vielleicht dann zu Info-Money. Also Info-Money versucht dieses von Ihnen jetzt gerade geschilderte Problem, also ich fasse es nochmal zusammen, dass quasi immer einer ärmer wird, wenn ein anderer reicher wird. Richtig. Versucht es zu lösen durch ein kooperatives Gesellschaftssystem und durch positives Geld. Positive Geldschöpfung. Also wir haben ja jetzt am 26. Mai die OSPI-Genossenschaft Open Source Banking Economy OSB3xE.com gegründet und haben dort den OSPI als Komplementär Währung in dieser Genossenschaft und der ist im ersten Schritt einfach ein Vollgeld. Das heißt, ein positives Geld, das gegen Eigenkapital gebucht wird, beziehungsweise aus dem Euro oder Dollar oder sonstigen Währungsraum eingebracht wird und nicht als Schuld entsteht. Das ist einmal der erste Punkt. Schuld und Zinsen benötigen wir im OSPI-Raum nicht. Und der zweite Schritt wird sein, dass wir auch eine Info-Money-Variante einführen werden. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Geld dann seine Tauschmittelfunktion verloren hat und nur noch ein Wertmaßstatt ist. Denn wir trennen dann zwischen Produktion und Konsum. Jeder, der etwas leistet, und da geht es nur um menschliche Leistung, erhält einen bestimmten Betrag gutgeschrieben. Wie viel genau bestimmt die Bevölkerung, also die Gemeinde, die kleine lokale Gemeinschaft, in der er vor Ort wohnt, also sein Ort beispielsweise, wo er die Leistungen einbringt, die sagen, eine Stunde dieser Tätigkeit oder eine erfolgreiche Reparatur von dem und dem ist uns das und das wert. Und das ist ja auch nicht dramatisch, denn das muss keiner haben, das muss auch keiner bezahlen, das wird ihm einfach Luft geschöpft, also gebucht. aber über eine Finanzverringerung wie der Bank, nur gegen Eigenkapital, nicht? Also Kasse an Ertrag wäre das dann einfach. Es ist ein rein elektronisches Währungsmittel, wir brauchen da weder Zettel noch Metallscheiben oder sonst was, das wird über Bankomatkarten, über Chipkarten ganz normal abgerechnet, wie heute auch bei der Bankomatkarte. Und der Punkt ist der, das entsteht also als Ertrag recht gefertigt, weil da entsteht ja Eigenkapital, durch die Gesetzgebung dieser Gemeinschaft vor Ort, die das selber bestimmen können, das sind die Tarife für jede Leistung. Und bei Konsum wird dann wirklich am lokalen Markt festgestellt, gibt es eine Knappheit oder gibt es eine Bedarfsdeckung, wenn alle Bedürfnisse gedeckt werden, dann muss man niemandem Geld vernichten, dann wird nichts gelöscht, dann kriegen die Menschen das gratis. Und nur wenn etwas knapp ist, dann machen wir ein Warteschlangenmodell oder eine Auktion oder was auch immer und vernichten den Kunden Geld. Aber der, der etwas leistet, der wird immer belohnt. Egal, ob die Kunden etwas dafür bezahlen oder nicht und egal, ob die Kunden sich das leisten könnten oder nicht, denn jede Leistung ist gesellschaftlich anerkannt und wertvoll und zwar in gleicher Weise. Egal, ob sie an einen Bedürftigen, einen Armen, einen reichen, alten oder Jungen erbracht wird. Es wird immer bezahlt, es wird also immer der Tarif gebucht für den Leistenden und es wird nur dort vernichtet, das Geld, wo Knappheit herrscht. Denn das bedeutet, dass wir dann Prämien ausschreiben, dort wo es Engpässe gibt, um die Knappheit zu überwinden und wir werden dann sehr, sehr schnell in einer Gesellschaft sein, wo wir unglaublich viel Geld auf den Konten haben, aber in Wirklichkeit es gar nicht mehr ausgeben müssen, weil wir den flächendeckenden Bedarf gedeckt haben. Es gibt ein recht interessantes Kommentar, gerade, das ich da jetzt einwerfen möchte. Ohne Schulden kein Kapital, wenn jemand ein Mittel nicht zwingend haben muss, Zeitdruck hat, Schuld hat, dann hat es auch keinen Geldwert. Herr Hörmann verwechselt Nutzen und Wert. Ja, wissen Sie, und das ist jetzt wieder das Interessante. Werte tauscht man nicht, Werte lebt man. Dafür, dass ein Mensch gesund wird zum Beispiel, meditieren lernt, Fähigkeiten erwirbt, erhält er in der OSPI-Gemeinschaft eine Wertschätzung in Form der Info-Money-Buchung. Und was dieser Herr oder diese Dame hier eben verwechselt ist, Tauschwert und menschlicher Wert. Menschliche Werte kann man nur gemeinsam leben. Und das tun wir, indem wir sie wertschätzen und damit den Menschen Lebenszeit schenken, dass sie sich selber entfalten und noch wertvoller für die Gemeinschaft werden können. Wenn jemand gesünder wird, besser gelaunt, mehr Fähigkeiten hat, ist er für die Gesellschaft wertvoller. Das ist ein Gewinn. Und diese Wertschöpfung wird von allen. Durch diese Buchung, die alle tragen, wird das abgegolten. Wenn wir auf die Idee kämen, Werte, menschliche Werte, die uns wertvoll sind, zu tauschen, tauschen zu wollen, sind wir genau an dem Punkt, dass wir dann Freiheit gegen Sicherheit tauschen und letztlich beide verlieren werden. Und der oder die, die ja diesen Einwurf gemacht haben, sind in diesem Irrtum befangen durch die Massenprogrammierung und Gehirnwäsche, denn das sollen wir ja glauben. Wir sollen ja freiwillig jetzt unsere Freiheit gegen eine vorgetäuschte Sicherheit tauschen, indem man das Bargeld abschafft, aber im Schuldgeldsystem mit Verschuldung und Enteignung die Menschen ins rein elektronische Bankenschuldgeld, ins verzinstete Bankenschuldgeld führt. Die OSPI-Währung ist die freiheitliche Währung. Die ist aber auch bargeldlos. Die ist bargeldlos, weil Bargeld wir in Wirklichkeit wirklich nicht brauchen. Bares ist wahres, es ist unsinnig, denn wie gesagt, bei Hyperinflation können sich damit die Wände tapezieren. Außerdem sind die meisten Euronoten übrigens auch mit giftiger Farbe bedruckt, also immer Hände waschen, vor allem im Internet. Es gibt aus biologischen Substanzen, man könnte Geldnoten drücken, drücken die sogar essbar sind, also mit Lebensmittelfarben, das ist überhaupt kein Problem. Warum wird es nicht gemacht? Offene Frage, wenn man es tun könnte, Technologie da ist. Wer möchte Menschen mit Geldscheinen vergiften? Wer möchte Geldscheine in den Umlauf bringen, die RFID-Chips enthalten? Denken Sie mal in die Mikrowelle, schauen Sie sich an, wie das Loch entsteht. Das war letztens, hatte ich auch in den News, wo man über RFID-Chips das dann auch quasi fernentwerten kann, weil man dann die Codes quasi einfach auf dem News hat. Das sehen Sie. Aber, aber, großes Aber, großes Aber, wenn man das Bargeld aber abschafft, dann gibt es keinerlei Möglichkeit, irgendetwas zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dass der Staat, wie auch immer der dann ausschaut, der mag noch so wohlwollend sein, aber das ist alles immer transparent. Nein, nein, Moment. Also Privacy komplett weg. Hier ist es nicht der Staat, sondern es sind die kleinen lokalen Gemeinschaften. Die Aus-Bi-Sales oder Aus-Bi-Future-Cities sind Gemeinschaften von 800 bis 1000 Leuten, die also wie eine kleine Dorfgemeinschaft leben, in dem Umfeld, das sie dort selber haben wollen, ja, dass sie es selber schaffen, wo sie halt hinziehen, und die bestimmen dort ihre lokalen Regeln. Ja gut, aber... Die nächste Aus-Bi-Future-Sales kann ganz andere Tarifsysteme, ja, Preissysteme haben, das können alle lokal machen, da gibt es keinen Big Brother, da gibt es keine Regierung und da gibt es keine Zentralbank. Ja gut, aber um das jetzt, damit sich wirklich was ändert, weil, ich meine, Sie sprechen da jetzt so quasi von kleineren Zellen, die dann halt für sich untereinander eine faire Art von Handel betreiben, aber die sind ja trotzdem drinnen in einem System, das ja völlig anders funktioniert und damit... Das funktioniert sehr schnell. Das wird sehr schnell Es muss doch global eingeführt werden. Entschuldigung, dass ich jetzt ruhig spreche, aber wir haben nur mehr 15 Minuten und irgendwo, jetzt kommt, jetzt wird es eigentlich jetzt spannend. Aber das muss doch, das muss doch global eingeführt werden. Wird es ja auch. Ja, wo? Ja, weltweit. Also wir sind jetzt schon in 13 Ländern aktiv und schon vor der Gründung waren wir in 13 Ländern. Aber verstehen Sie mich nicht richtig? Es muss wirklich eigentlich jeder da... Es müsste eigentlich, wenn ich mir jetzt Ihren Vorschlag anschaue und ich möchte ihn jetzt gar nicht beurteilen, kann ihn gar nicht beurteilen, ja, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wenn ich mir das anschaue, dann müsste es eine globale Weltregierung geben. Nein, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wer will denn dann das Recht? Ja, okay, dann erklären Sie mal. Noch einmal, die Währung selbst, dass sie akzeptiert wird, dass man sie verwenden kann, ja, ist gleich, auch bei diesen vielen verschiedenen Ausbefuture-Sities. Das ist der gemeinsame Nenner. Aber es ist allen ganz klar, dass es ein Tarifsystem gibt, dass Sie sich anschauen können, wo Sie auch mitstimmen können, ja, und dass es eben lokal Preise geben wird, die sich auf dem lokalen Markt selber bilden. Das ist ja genau die freie Marktwirtschaft, die man uns immer gepredigt hat, die aber nie zu finden war, weil eben im Hintergrund die Preise meistens manipuliert wurden über Kartelle und andere Regeln. So, und diese Gemeinschaft bestimmt jetzt alles, was nur Sie betrifft, diese 800 bis 1000 Leute, selbst an Regeln, quasi auf der Gemeindeebene. Und nur dort, wo jetzt so eine OSPI-Gemeinschaft mit einer anderen Gemeinschaft zusammenarbeiten will, weil Sie zum Beispiel dazwischen eine Straße bauen wollen, oder eine Brücke oder sonst irgendwas, ein Forschungsprojekt oder so, dort definieren Sie wieder gemeinsam die Regeln für genau dieses Projekt. Das ist die gelebte Subsidiarität. Am Anfang sind wir alle für uns selbst verantwortlich, deswegen erkläre ich auch tragfähige Modelle für das Individuum, Körper, Seele, Geist, dann die Paarbeziehung, dann Familie und dann Gemeinschaft, also von innen nach außen. Und erst wenn wir im Innersten wirklich frei sind, können wir die Freiheit auch mit unseren anderen, Mitmenschen leben, dann können wir sie befreien. Das ist ganz, ganz wichtig. Erst muss man in sich selber klar sein, damit man dann auch anderen helfen kann und das hinaustragen kann. Und dann konfigurieren diese Gemeinschaften die Regeln, die sie haben wollen, auf einer höheren Ebene. Was man bisher immer übersehen hat, in der gesamten politischen Diskussion, war, dass die Frage, ob Demokratie, ob Monarchie, Diktatur, wie immer diese Herrschaftssysteme auch heißen mögen, dass das nicht die wirkliche politische Ebene ist. Die politische Ebene ist die Meta-Ebene. Das ist die Ebene über diesen Regeln. Das heißt, die politische Ebene ist, wie entschließen wir uns, welches Gemeinschaftssystem wir haben wollen. Das sind die Meta-Regeln, die zum Beispiel die Demokratie auszeichnen. Eine Demokratie, wo wir sagen, jeder hat ein Recht mitzubestimmen, bestimmt nicht die Gesetze selber, sondern sie bestimmt die Spielregeln, nach denen die Gesetze bestimmt werden. Okay, aber es muss ja, wenn ich jetzt dann, nehmen wir mal an, Info-Money wurde eingeführt und jemand steht da ganz zurecht, ich frage ja, wie wollen wir denn da hinkommen? Und das versuche ich gerade hinzukommen. So wie bei jeder Komplementärwährung. Warten Sie mal, also sagen wir, es ist eingeführt und ich möchte jetzt Waren aus China kaufen. Dann muss ja quasi das lokale Info-Money-System, dieses Regelwerk, muss ja in irgendeiner Relation gebracht werden mit dem jetzt, was da in irgendeiner Provinz in China eben existiert, wo halt gerade das Auto, das Handy oder das andere elektronische oder sonst wie Teil hergestellt wird, das ich haben möchte. Und bei OSPI wird dann ja auch erklärt, wenn man sich da diese Informationsvideos etc. anschaut, dass es eine Art demokratische Zentralbank geben muss. Das ist richtig. Das ist einfach ein Computersystem. Das ist eine Software. Aber da haben wir jetzt schon ein zentrales, globales System. Man muss eines sehr, sehr genau trennen. Das eine ist die Technologie und das andere ist die Organisation. Wir reden heute vom Internet und wir reden von verteilten Systemen und tun so, als wäre das Internet so sicher und so demokratisch, weil da jeder irgendwie daran teilnehmen kann. Tatsächlich werden aber diese Systeme sehr wohl auch in großen Rechenzentren gehofftet und das meiste, was wir sehen, wird sehr zentral verwaltet. Ja, und wir sehen ja die Probleme damit. Wir sehen das Nodeskandale weiter. Moment, 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 Moment. Das ist das eine, weil das eine ist eben die Organisation, dass wir überwacht sind und überwachbar werden und das andere ist die Technologie. Bei der Technologie ist ein zentrales Datenzentrum, ein Rechenzentrum einfach effizienter und sicherer. Aber wie es organisiert ist, ob es so organisiert ist, dass es jemand missbrauchen oder steuern kann oder dass hundertprozentig die Freiheit der Individuen gesichert ist, hat damit überhaupt nichts zu tun. Sie können ein Rechenzentrum auch so betreiben, dass jeder Zeilenteilnehmer komplett anonym ist und kein Administrator da irgendetwas tun kann. Wenn Sie das wollen, können Sie das jederzeit machen. Aber es wird trotzdem ein Rechenzentrum, das von kompetenten Leuten an einem Ort gewartet wird und vielleicht noch auf einer anderen Seite des Erdballs gespiegelt wird und dort gesichert weit, weit effizienter sein als Millionen von PCs mit Millionen unterschiedlich erfahrener Nutzer in verschiedener Kompetenz, wo vielleicht ein bestimmter Prozentsatz pausenlos ausfällt aufgrund von Wartungs- und Bedienungsmängeln. Also das ist ganz einfach der Unterschied. Das eine ist die Technik, zentral gut, dezentral ein Risiko und das andere ist die Organisation, wo es geht um individuelle Freiheit oder die Möglichkeit, dass durch eine Backdoor irgendwo etwas manipuliert wird. Und das kann man ausschließen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir uns entschließen als Gemeinschaft, die dann diese Rechenzentren baut, mietet oder wartet und wir entschließen uns dazu, dass unsere Mitglieder unüberwacht und frei sein sollen, dann werden wir das genauso umsetzen und dann wird es auch keine Möglichkeit geben, dass man das irgendwie umgeht. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, wenn wir uns entscheiden. Ja, bei Osby haben wir uns entschieden. Also wir streben ja diese individuelle Freiheit an. Gut, aber eine Vorgabe oder eine Prämisse dieses Systems ist ja auch, dass alle Menschen, also sonst funktioniert das nicht, ihre Güter und ihren Landbesitz, ihre Fabriken, was auch immer, an diese DZB verkaufen. Nein. Das ist aber zumindest auf Osby definitiv eine Forderung, die man dort aufsteht. Ich sage Ihnen jetzt was, das haben Sie wahrscheinlich ein bisschen falsch interpretiert. Möglich. Das haben Sie es falsch interpretiert. Was wir vorschlagen ist folgendes, dass wir zum Eigentumsrecht, das natürlich für alle erhalten bleibt, ein Souveränitätsrecht hinzufügen. Und das ist jetzt das Neue. Nehmen Sie einen Zinshausbesitzer. Jemand, der ein großes Wohnhaus hat und wo er Wohnungen vermietet, dann hat er momentan ein ziemlich schweres Leben, weil die Mieter immer weniger bezahlen können. Also die Wohnungen werden kaputt gemacht, zerstört, abgewohnt. Er muss den Forderungen nachlaufen, die Mieter klagen. Die Mietergesetze werden vielleicht auch immer freundlicher für die Mieter und schwieriger für die Vermieter. Also es gibt immer mehr Kampf, immer mehr Widerstand, um an das Geld zu kommen. Was sagen jetzt wir bei Osby? Wir sagen, dein Eigentumsrecht bleibt dir gewahrt. Wir wollen dich dafür belohnen, dass du das bisher so toll gemacht hast. Zieh dich zurück, genieße das, indem wir dir dein gesamtes Zinshaus gegen eine Leibrente abkaufen. Und was heißt jetzt die Leibrente? Wir schauen einfach nach, was hat er in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt draus verdient. Da gibt es dann einen Belohnungsbonus noch von plus 20%. Das kriegt er monatlich auf sein Konto gebucht, ohne dass er noch irgendwelche Probleme hat. Ja, aber wenn er das nicht will. Was ist, wenn er das nicht will? Dann muss er ja nicht beitreten. Dann kann er ja draußen bleiben und warten, bis alle seine Mieter insolvent sind, das Gebäude verfällt und die Immobilie am freien Markt nichts mehr wert ist. Ja, aber sehen Sie, das Problem, aber die Frage ist halt jetzt, wie kommen wir jetzt von hier nach dort und diesen Druck, den Sie wollen machen. Sie genießen ihre Leibrente und die Mieter müssen im Gegenzug, wenn genug Mietobjekte zur Verfügung stehen, überhaupt nichts mehr bezahlen. Die wohnen dann gratis drin. Weil Infomoney das möglich macht. Aber es muss eine sehr große Zahl von Menschen schon mal bereit sind, dort einzutreten in dieses System, damit dieser Druck überhaupt aufgebaut werden kann. Die haben wir schon. Die haben wir schon. Also wenn Sie diese Ideen den Menschen über die Massenmedien verfügbar machen in mehreren Ländern, mitten hier jetzt in Europa und ich rede jetzt auch von Österreich und von Deutschland. Wenn wir mal in den Mainstream-Medien mit genau diesen Ideen kommen, keine Steuern mehr, keine Zinsen, keine Enteignungen, keine Insolvenz, Das kann aber als Enteignung gesehen werden. Also das, was Sie gerade geschildert werden, dass der dann quasi seine Leibrente akzeptieren muss. Das werden ganz viele als Enteignung. Aber das werden Menschen als Enteignung. Das ist keine Enteignung, wenn er dafür mehr Geld kriegt, als er jetzt am freien Markt überhaupt dafür erlösen könnte. Bitte denken Sie mal logisch nach. Die Immobilienblasen sind jetzt überall kurz vor den Platzen. Die Werte werden im Boden versinken, wenn Sie ein Unternehmen haben und Sie haben jetzt Aktien und OSPI sagt, wir kaufen euch die Aktienpakete gegen Leibrente zum heutigen Kurswert ab. Schaut einmal in die Zukunft. Wenn der Börsencrash kommt, dann ist das nur noch 30% wert und dann ist fraglich, ob ihr überhaupt jemanden findet, an dem ihr das verkaufen könnt. Dann werden uns die Eigentümer in Wirklichkeit die Füße küssen dafür, dass wir das tun. Und wenn Sie dann noch mit besserer Technologie in Freiheit selbstbestimmt leben können und endlich einmal Ihren Reichtum auch genießen können mit sinnvollen Tätigkeiten, wo Sie Künstler sein können. Wissenschaftler, Forscher, Entdecker. Jeder kann die Tätigkeit ausüben, die ihm wirklich Freude macht und Sie verdienen dafür dann sogar mehr als bisher ohne Kampf und ohne Widerstand und ohne Neid. Dann ist das eine Gesellschaft, wo ich nur sagen kann, wenn Sie sich das vorstellen, dass das wirklich möglich ist. Wenn Sie das einmal haben, diese Fantasie, diese Gesellschaft ist möglich. Wir unterstützen uns alle gegenseitig, schenken uns gegenseitig die Freiheit und erzeugen für den Wohlstand das, was wir haben wollen, gemeinsam mit bester Technologie. Also, ich weiß wirklich nicht mehr, wo da noch ein Pferdefuß sein soll. Ich habe es sicher noch nicht gut genug verstanden. Ich finde es prinzipiell äußerst spannend. Jemand schreibt das zum Beispiel mit dem bezeichneten Namen Goldkrieger. Boah, das klingt ja noch schlimmer als Sozialismus. Ja, irgendwie, sei es aber auch so. Die Goldanhänger, die müssen es so sehen, aber ich mag sie trotzdem. Sie müssen doch mal verstehen, dass auch Gold nur einen Verknappungswert hat. Das ist richtig. In jedem Fall war das ein wirklich spannendes Interview und leider sind wir jetzt, da müssen wir eine Nachfolge. Ja, da bin ich sehr dafür. Auch im Chat wird das gefordert. Auch gerne über andere Wissenschaften, wenn Sie sich ein bisschen von Harry Collins durchgelesen haben. Vielleicht sollte man da überhaupt meine Open-End-Sendung ansetzen, obwohl ich ja diese Drei-Stunden-Sendung, und ich bin da ein bisschen skeptisch geworden in letzter Zeit, ob die so sinnvoll sind, aber trotzdem, also wir könnten da jetzt noch ewig weiter reden. Wir müssen es jetzt einfach an dieser Stelle abbrechen. Der nächste Moderator steht schon vor der Studie. Ganz logisch. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Es war für mich sehr spannend. Ich finde Ihre Ansätze höchst interessant und auch höchst interessant, ganz einfach. und haben sicher ein großes Potenzial. Ich habe Sie sicher noch nicht ganz verstanden und wir müssen das sicher noch weiter diskutieren, was ich sehr gerne machen möchte und wir werden da einfach in Kontakt treten. Ich danke Ihnen jedenfalls für dieses für dieses Vielen Dank.